Ich werde euch hier nicht ansprechen! Baaamm! Oh! Nein! Zu früh! Ach, wie er meint hier! Nein! Ah, scheiße! Zu spät! Baaamm! Oh, das sah übel aus! Sehr gut! Sehr, sehr gut! Gut, gut! Nächster Aussichtspunkt! Da oben, ganz hin! Oh mein Gott! Da! Ich glaube, da komme ich rüber! Was hast du gesagt? Habt nichts mitbekommen! Jawoll! Und wir sind oben! Und weiter geht's! Ist wieder so ein großer Turm, ne? Och, jetzt müssen wir hier die ganze Zeit um die Ecke rum! Na gut! Wie ihr wollt! Gut! Wie viele Ratten hier überall! Und oben! Und nochmal synchronisieren! Oh, geil! Oh, geil! Ich bin immer wieder so ein bisschen geflasht vom, äh, Aussehen des Spiels! Also, man muss ja sagen, es ist nicht das Neueste, aber es hat immer noch eine geile Grafik! Oh, jetzt habe ich meine Verbündeten hier rumgeschubst! Oh, ja! Ein großer Turm! Da komme ich eh nicht! Da komme ich auch nicht lang! Was mag ihn veranlassen, so zu rennen? Na, okay! Hier lassen sie mich hochklettern! So! Mal wieder ein anderer Turm hier zum hochklettern! Mal wieder ein anderer Turm hier zum hochklettern! Und hopp! Und da oben ist ein Bugenschütze! Euer Leben ist... Scheiße! Ach, schöne Untermalung von diesem Ausblick! Na los, gib Ruhe! So, fast alle haben wir schon, na? Und abwärts geht's! Und dabei gucke ich nochmal ganz kurz... Da ist das nächste Ziel! Nein! Die lassen mich da bestimmt... War klar! Nein! Ach! Ach, der will unbedingt sterben, glaube ich! Ach, kommt schon, ganz ehrlich! Damit kommt ihr doch nicht weit! Oh! Entschuldigung, Kumpel! Oh! Oh! Der kann sich dagegen verteidigen! Hehehehe! Ach, Mann! Tja, die wollten unbedingt Stress! Sie haben welche bekommen! Oh, Alter! Der will auch noch was! Ah! Oh! Ah! 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 Aus dem Weg! da ist es ja schon das gefällt mir aber gar nicht ja hähä frechheit Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist für Siege. Ungläubiger, ich werde euch nicht verraten, weil der Herr steht auf meiner Seite. Na dann. Oh, immer mehr, das freut mich. Ey, wieso konnte ich denn das nicht? Ach, fress halt. Hmhm. Ahm, und... So, auch noch. So. Meine Güte, dass die immer gleich so... Uh, viele da schicken. Oh, guck mal, wie nett. Oh, okay. Warum hat er sich da jetzt verteidigend entgegen? Na gut. Äh, kann ich auch. Das war aber nicht sehr freundlich, meinen Freund hier zu verletzen. Böses Wache. Zwei Aussichtspunkte noch. Dann haben wir die Geschichte auch schon erledigt. Ey. So. Genau. Hätten wir den schon mal? Wer hat das getan? Ich. Alter Schwede, das sind eine Menge Wachen. Uiuiuiuiuiui. Zack, 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 zack. Geht es hier erstmal oben drauf. Ah. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht's. Zack. Hm. Wollte ich auch gerade sagen. Hier muss ich hoch. Das ist mein Ziel. Einmal rundherum. Und. Na. Uiuiuiuiui. Das sah aber knapp aus. Aber geil. Knapp, aber geil. Und nochmal synchronisieren. Hier in dem Schloss, in der Burg praktisch. Sehr, sehr schön. Sehr schön. So. Mal hier ein bisschen die Wachen dezimieren. Was, du? Ja, du bist ein bisschen erbärmlich. Das stimmt. Oh. Denkt ihr. Bam. Aus dem Weg. Nein. Alter, der hat auf zu nerven. Der ist gerade so ein bisschen eingeschüchtert oder verängstigt. Verängstigt. Alter, muss noch einer ankommen, ne? BAM! BAM! Boah, voll, so mit voller Kraft. So, dass die daraus nach Fahnen einsammeln. Also Flaggen. Friede sei mit euch. Jo. Ihr wollt sicher Informationen über die Stadt. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Ich muss einige Flaggen finden, die aus unserem Versteck im Nobelviertel von Damaskus entwendet wurden. Mhm. Aber in dieser Hitze tragen mich meine Beine nicht mehr. Würdet ihr mir helfen? Pisser. Kommt mit den Flaggen wieder und ich werde euch nach Kräften helfen. Okay. Oh, geht schon los? Na. Also gut, wo bist du? Nein! Was soll denn das? Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich das auch nicht. Dass das nicht jedes Mal ein Geräusch macht, äh, verwirrt mich ein klein wenig. Weil ich dann mitunter... Äh, denk. Ich habe doch nicht alle eingesammelt. Ja, ist mir gerade ein bisschen Latte, wenn du verstehst. Och man, jetzt runter mit dir. Runter. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Jawohl, ohne Probleme. Oh, danke. Ja, bitte. Der Rafik wird sehr froh sein, diese Flaggen wiederzusehen. Ich frage mich, ob euch diese Information nützen könnte. Sicher? Ich wurde von Abul auf eines seiner Feste eingeladen. Okay. Ich bemerkte, dass der Springbrunnen im Zentrum des Palastes leicht zu erklimmen wäre. Geil. Nutzt diese Informationen weise. Okay. Nun muss ich gehen. Bitte entschuldigt mich. Klar doch. Bürger retten! Oh, ein paar Leichen. Wie kommen die denn da hin?